Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen. Kirchenvetter, Athanasius, 295-373, Leben des Heiligen Antonius, 251-356, Vita Antoni, Teil 3 von 4, Kapitel 41, da ich nun schon einmal durch meine Erzählung zum Touren geworden bin, vergleiche 2 Korinther 11 16 und 12 6 bzw. 11. So nehmt auch folgendes noch mit zu eurer Sicherung und Ermutigung, und glaubt mir, denn ich lüge nicht, es klopfte einmal im Kloster jemand an meine Türe, ich trat heraus und sah eine große, hohe Erscheinung, die folgende Stelle ist von hohem Interesse, sie lässt uns das Bestehen einer Kritik vermuten, die mit den Waffen des psychologischen Rationalismus gegen das ekstatisch visionäre Innenleben der Wüstenheiligen zu Felde zog, auch in der Wunderdeutung begegnen mehrfach derartige Versuche, Als ich nun fragte, wer bist du, erwiderte er, ich bin Satan, da sagte ich, wozu bist du hier, er aber entgegnete, weshalb tadeln mich die Mönche und alle anderen Christen ohne Grund, warum fluchen sie mir stündlich? Als ich ihm antwortete, warum belästigst du sie denn, sprach er, nicht ich bin es, der ihnen beschwerlich fällt, sondern sie selbst verwirren sich, denn ich bin schwach, oder haben sie nicht gelesen, des Feindes Schwerter sind endlich verschwunden, und du zerstörtest die Städte? Teil 9 7 Ich habe keinen Platz mehr, keine Waffe, keine Stadt, überall sind Christen, und jetzt ist auch die Wüste mit Mönchen erfüllt, sie sollen sich selbst behüten und nicht mich ohne Grund verwünschen, Da bewunderte ich die Gnade des Herrn und sprach zu ihm, obgleich du immer lügst und niemals die Wahrheit sprichst, hast du doch jetzt, wenn auch wieder Willen, wahrgesprochen, denn Christus hat durch seine Ankunft dich zur Ohnmacht verdammt, er hat dich niedergeworfen und entwaffnet, Als jener aber den Namen des Heilandes hörte und seine Glut nicht ertragen konnte, wurde er unsichtbar, Kapitel 42, wenn also der Teufel sogar selbst zugibt, dass er nichts vermag, müssen wir ihn und seine Dämonen gänzlich verachten, Zwar hat der Feind mit seinen Hunden so viele Listen, wir aber können ihn verachten, da wir seine Schwäche kennengelernt haben, lasst uns also in Gedanken nicht fallen, lasst uns in der Seele nicht an Furcht denken, wollen wir uns nicht selbst Angst einjagen, indem wir sagen, wenn nur kein Dämon kommt und mich zur Umkehr zwingt, Wenn er mich nur nicht ergreift und niederwirft oder plötzlich herankommt und mich in Verwirrung bringt, wir wollen durchaus nicht an etwas derartiges denken, wir wollen auch nicht trauern, als ob wir zugrunde gingen, wir wollen viel mehr Mut fassen und uns immer freuen, dass wir gerettet werden, wir wollen in unserem Inneren erwägen, dass der Herr mit uns ist, der sie verscheuchte und niederwarf, Wir wollen überlegen und immer beherzigen, dass die Feinde uns nichts tun werden, da der Herr mit uns ist, denn wenn sie erscheinen, verhalten sie sich selbst so gegen uns, wie sie uns antreffen, und nach den Gedanken, die sie in uns finden, gestalten sie auch ihre Druckbilder, wenn sie uns nun feige und in Verwirrung finden, dann eilen sie sogleich herber wie Räuber, die einen Platz ohne Bewachung treffen, Und was wir von uns selbst denken, das vergrößern sie noch obendrein, wenn sie uns furchtsam und feige sehen, dann vermehren sie die Mutlosigkeit durch ihre Erscheinungen und Drohungen, und die arme Seele wird damit gefoltert, Wenn sie uns dagegen freudig im Herrn finden, wie wir überdenken die zukünftigen Güter, die Gaben des Herrn, wie wir erwägen, dass alles in der Hand des Herrn liegt, dass ein Dämon nichts gegen einen Christen vermag, dass er überhaupt keine Macht hat gegen jemand, wenn sie nur die Seele durch solche Gedanken behütet sehen, dann wenden sie sich beschämt ab, So wich der Feind von Hiob zurück, als er ihn geschirmt fand, den Judas aber, den er entblößt von all diesem traf, brachte er in seine Gewalt, wenn wir also den Feind verachten wollen, mögen wir immer an die Gnaden des Herrn denken, und die Seele soll sich beständig freuen in froher Hoffnung, Römer 12 12 Dann werden wir das Getändel der Dämonen ansehen wie Rauch, wir werden wahrnehmen, wie sie nicht verfolgen, sondern fliehen, denn wie ich vorher sagte, sind sie gar feig, da sie immer das ihnen bereitete Feuer erwarten, Kapitel 43 Auch folgendes soll noch in euch ein Zeichen der Furchtlosigkeit vor ihnen sein, wenn eine Erscheinung geschieht, so falle nicht nieder in Feigheit, sondern frage zuerst mutig, von welcher Art sie auch sei, wer bist du und woher kommst du, und wenn es ein Gesicht von Heiligen ist, dann geben sie dir Sicherheit und wandeln deine Furcht in Freude, wenn die Erscheinung aber eine teuflische ist, dann wird sie so gleich kraftlos, wenn sie den Geist stark sieht, denn es ist ein Zeichen von Seelenruhe, Wenn man einfach fragt, wer bist du und woher kommst du, so fragte der Sohn Naves und kam zur Erkenntnis, Joshua 5 13 Und es blieb der Feind dem Daniel nicht verborgen, der ihn ausforschte, Daniel 10 11 und 18 bis 19 Kapitel 44 Der Zustand der Klöster des Antonius Alle freuten sich über die Unterweisung des Antonius, bei den einen wuchs die Liebe zur Tugend, bei den anderen verschwand die Nachlässigkeit, bei den dritten hörte die Einbildung Alle ließen sich überreden, die dämonische Nachstellung zu verachten, und sie bewunderten die dem Antonius vom Herrn verliehene Gnade der Erkenntnis der Geister, in dem Gebirge lagen die Klöster wie Zelte voll göttlicher Chöre, die Psalmen sangen und sich der Lesung der Schrift befleißigten, die Fasteten und Beteten, die sich freuten über die Hoffnung auf die Zukunft, die arbeiteten am Werke der Barmherzigkeit, die Liebe und Eintracht pflegten untereinander, Es war das alles in Wahrheit anzusehen wie ein Reich für sich, voll Gottesfurcht und Gerechtigkeit, hier gab es niemand, der Unrecht tat oder litt, man wusste nichts von dem gehässigen Treiben der Steuereinnehmer, es war eine Schaf von Asketen, und die Gedanken aller waren auf eines allein gerichtet, auf die Tugend, Wenn einer die Klöster sah und die Haltung der Mönche, dann müsste er ausrufen und sagen, wie schön sind deine Häuser, Jakob, und deine Zelte, Israel, wie schattige Täler und wie ein Lustgarten am Flusse, wie Zelte, die aufgestellt hat der Herr, und wie Zedern am Wasser Nummer 24 5 bis 6 Kapitel 45 Antonius geht in sein Kloster zurück Antonius aber zog sich nach seiner Gewohnheit auf sich allein zurück in seinem Kloster, er steigerte seine Askese und seufzte täglich im Gedanken an die Wohnungen des Himmels, er sehnte sich nach ihnen und erwog die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, Wenn er essen und schlafen wollte oder die übrige Notdurft des Körpers befriedigte, dann schämte er sich, indem er an die geistige Natur der Seele dachte, wenn er mit vielen anderen Mönchen zusammen essen wollte, dann erinnerte er sich oft seiner geistigen Nahrung, schlug die Speise aus und ging weit weg von ihnen, da er glaubte erröten zu müssen, wenn ihn andere essen sähen, er ass jedoch allein, weil ihn die Rücksicht auf seinen Körper dazu zwang, oft tat er es auch gemeinsam mit den Brüdern. Er schämte sich zwar vor ihnen, tröstete sich aber mit dem Gedanken an seine nützlichen Ermahnungen, er erklärte, man müsse seine ganze Zeit eher der Seele als dem Körper widmen, man müsse zwar notgedrungen einen kleinen Teil der Zeit an den Leib wenden, im Ganzen aber mehr der Seele leben und ihre Nutzen suchen, damit sie nicht herabgezogen werde von den Lüsten des Körpers, sondern vielmehr den Leibknechte. Vergleich 1 Korinther 9 27 Denn dies sei der Auftrag des Heilandes, kümmert euch nicht in euren Herzen darum, was ihr essen oder was ihr euren Körper anziehen werdet. Lukas 12 22 und Matthäus 6 25 Suchet nicht, was ihr esst oder was ihr trinket, und erhebt euch nicht, denn dies alles tun die Kinder der Welt, euer Vater aber weiß, was ihr von all diesem nötig habt, suchet vielmehr vor allem sein Reich, und all dieses wird euch hinzugegeben werden. Lukas 12 29 bis 31 und Matthäus 6 31 bis 33 Kapitel 46 Antonius begibt sich nach Alexandria Im Jahre 310 Begierig nach dem Martyrium, er erlangt es aber nicht. Darauf kam über die Kirche die damals ausbrechende Verfolgung des Maximinus. Als die heiligen Märtyrer nach Alexandria geführt wurden, verließ er das Kloster und folgte ihnen nach, indem er sagte, Bolan, lasst uns auch weggehen, damit wir berufen werden und streiten oder die Kämpfer sehen, er hatte Sehnsucht danach, Blutzeuge zu werden, da er sich aber nicht ausliefern wollte, diente er den Bekennern in den Bergwerken und Gefängnissen, vor Gericht zeigte er großen Eifer, die vorgeladenen Glaubensstreiter mit Zuversicht zu stärken und sie, wenn sie Zeugnis ablegten, in Empfang zu nehmen und zu geleiten, bis sie vollendet hatten, als der Richter seinen und seiner Jünger Mut und Eifer dafür wahrnahm, befahl er, dass kein Mönch vor Gericht erscheine noch überhaupt weiter in der Stadt bleibe, alle anderen beschlossen, sich diesen Tag zu verbergen, Antonius aber achtete nicht im Geringsten auf den Befehl, er wusch viel mehr sein Obergewand, stellte sich am folgenden Tag vorne hin auf einen erhöhten Platz und zeigte sich dem Vorsitzenden in seiner ganzen Pracht, alle wunderten sich darüber, und auch der Gerichtsharr sah es, als dieser mit seiner Schar vorbeiging, blieb Antonius furchtlos stehen und gab ein Beispiel des Mutes von uns Christen, denn, wie ich vorher bemerkte, er wünschte sich gleichfalls das Martyrium, und es schien ihm zu schmerzen, dass er nicht Zeugnis abgelegt hatte, der Herr aber bewahrte ihn zu unserem und anderer Heil, auf das er auch in der Askese, die er aus der Schrift gelernt hatte, ein Lehrer für viele werde, denn wenn sie nur seinen Lebenswandel sahen, bestrebten sich viele, ihm nachzueifern, er diente nun wieder, wie er es gewohnt war, den Bekennern und mühte sich ab in seinen Dienstleistungen, gleich als ob er mit ihnen gefangen wäre, Hebräer 13 3, Kapitel 47, seine strenge Lebensführung, als dann die Verfolgung aufhörte und der selige Bischof Petrus das Martyrium erlitten hatte, das ist der Erzbischof von Alexandria seit 300, bei der diokletianischen Verfolgung floh er, In seiner Abwesenheit entstand die Spaltung des Milizius, er starb als Märtyrer 311 oder 312, sein Fest wird am 25. November gefeiert, da entfernte sich Antonius und zog sich wieder in das Kloster zurück, hier legte er täglich Zeugnis ab in seinem Gewissen und kämpfte in den Kämpfen des Glaubens, er pflegte eine eifrige und noch strengere Askese, immer nämlich fastete er, als Bekleidung diente ihm ein Untergewand, das Haare hatte, während das Obergewand ausfällenbar, dies Gewand behielt er bis an sein Lebensende, seinen Körper wusch er nicht mit Wasser, um den Schmutz zu entfernen, die Füße badete er nicht oder ließ es sich auch nur gefallen, sie in das Wasser zu tauchen ohne dringende Not. Die Enthaltung von Waschungen machte einen Teil der Busübungen aus, Niemals sah ihn jemand nackt, und überhaupt erblickte kein Mensch den bloßen Körper des Antonius, ausgenommen damals, als er nach seinem Tode bestattet wurde. Kapitel 48 Er befreit ein Mädchen, die Tochter des Martinianus, von einem Dämon, Wie er sich nun so zurückzog, setzte er sich eine gewisse Frist, während der er selbst nicht erschien, aber auch keinen anderen zu sich ließ, da kam ein gewisser Martinianus, ein Offizier, und fiel dem Antonius beschwerlich, er hatte nämlich eine Tochter, die von einem Dämon gequält wurde, der klopfte nun lange an die Türe und bat ihn, er möge herauskommen und zu Gott wegen des Kindes beten, Antonius brachte es nicht über sich, zu öffnen, sondern er beugte sich von oben herab und sagte, Mann, warum schreist du nach mir, auch ich bin nur ein Mensch wie du, wenn du aber an Christus glaubst, dem ich diene, dann entferne dich, bete zu Gott, wie es dein Glaube dich heißt, und es wird sich erfüllen, jener glaubte sogleich, rief Christus an, und als er weggegangen, war seine Tochter von dem Dämon befreit, vieles andere noch wirkte der Herr durch ihn, der da spricht, bittet und es wird euch gegeben werden, Lukas 11 9, denn sehr viele von den Leidenden schliefen, ohne dass er nur die Türe öffnete, außerhalb des Klosters, und sie wurden gereinigt durch den Glauben und aufrichtiges Gebet, Kapitel 49, Antonius entweicht auf einen Berg in der inneren Wüste, als jedoch Antonius sah, dass er von vielen belästigt werde und dass man ihn nicht nach Absicht, wie er es doch wünschte, in Einsamkeit leben lasse, da ging er mit sich zu Rate und brach eilig auf nach Obertiebeis zu Menschen, die ihn nicht kannten, denn er war auf seiner Hut, sich nicht wegen der Dinge, die der Herr durch ihn wirkte, zu überheben, auch wollte er nicht, dass ein anderer ihn deshalb über Gebühr schätze, er nahm von den Brüdern Brote an und setzte sich dann an das Flussufer, um zu sehen, ob ein Schiff vorbeikäme, mit dem er flussaufwärts fahren könne, während er noch in Gedanken dabei verweilte, erscholl eine Stimme von oben zu ihm, Antonius, wohin gehst du und weshalb, er aber geriet nicht in Verwirrung, sondern wie wenn er es gewohnt wäre, oft so gerufen zu werden, hörte er zu, so, antwortete und sprach, da mir die vielen Menschen nicht erlauben, in der Einsamkeit zu leben, deshalb will ich hinauf nach Obertiebeis, wegen der vielen Belästigungen, die daraus für mich entspringen, besonders aber, weil ich von ihnen um Dinge gebeten werde, die über meine Kräfte gehen, die Stimme aber sprach zu ihm, wenn du auch nach Obertiebeis gehst und selbst wenn du, wie du es vorhast, zu den Weideplätzen entweichst, ich sage dir, du wirst noch eine größere, ja die zweifache Mühe zu ertragen haben, wenn du wirklich für dich leben willst, dann gehe jetzt hinauf in die innere Wüste, Antonius aber entgegnete, und wer wird mir den Weg weisen, denn ich kenne ihn nicht, da zeigte ihm die Stimme sogleich Sarazenien, die den Weg ziehen wollten, Antonius ging zu ihnen hin, näherte sich ihnen und bat sie, dass er mit ihnen in die Wüste wandern dürfe, sie aber nahmen ihn, wie auf einen Befehl der Vorsehung hin, freundlich auf, er wanderte drei Tage und drei Nächte mit ihnen und gelangte an einen sehr hohen Berg, am Fuße des Berges floss überaus klares Wasser, das süß und sehr kalt war, weiter draußen aber war eine Ebene und einige dürftige Dattelpalmen, Kapitel 50, Antonius gewann den Ort wie durch göttliche Vorsehung lieb, denn er war es, den ihm der, welcher am Flussufer zu ihm gesprochen, gezeigt hatte, anfangs nun nahm er von seinen Reisegefährten Brote an und blieb allein auf dem Berge, ohne dass ein anderer bei ihm war, denn er besaß jetzt den Platz, wie wenn er darin sein eigenes Haus gefunden hätte, als die Sarazenen den Eifer des Antonius wahrnahmen, zogen sie absichtlich auf jenem Wege durch die Wüste und brachten ihm freudig Brote, eine kleine und einfache Erfrischung boten ihm damals auch die Dattelpalmen, als dann die Brüder seinen Aufenthalt kennengelernt hatten, dann nahmen sie wie Kinder, die sich ihres Vaters erinnern, die Sorge auf sich, ihm Brot zu senden, wie aber Antonius sah, dass da einige Wegen des Brotes geplagt wurden und sich Mühen auferlegten, da wollte er auch ihren die Mönche schonen, ging mit sich zu Rate und bat einige von seinen Besuchern, ihm eine zweizinkige Hacke, ein Beil und ein wenig Getreidekorn zu bringen, als er dies alles erhalten, dadurch forschte er die Umgebung des Berges, fand einen kleinen, geeigneten Platz und bestellte das Land, und da er es aus seiner Quelle reichlich begießen konnte, sähte er aus, nachdem er dies ein Jahr lang getrieben hatte, gewann er davon sein Brot, er freute sich, dass er keinem deswegen lästig falle und in allem anspruchslos bleibe, als er dann wieder einige Besucher bei sich sah, baute er auch ein wenig Gemüse, damit sich die Gäste ein wenig nach der Mühsal des beschwerlichen Weges erfrischen könnten, anfangs beschädigten die wilden Tiere der Wüste, die des Wassers wegen kamen, oft seine Saat und seinen Landbau, er nahm freundlich eines von den Tieren gefangen und sagte zu allen, warum fügt ihr mir Schaden zu, der ich keinem von euch etwas zu leider tue, geht weg und im Namen des Herrn hat euch nicht mehr diesem Orte, von dieser Zeit an kam keines mehr dahin, wie wenn sie sich vor dem Gebote fürchteten, Kapitel 51, seine Kämpfe mit den Dämonen, er hielt sich weiter innen auf dem Berge auf, beschäftigt mit Gebet und Askese, die Brüder aber, die ihm dienten, baten ihn, dass sie ihn jeden Monat besuchen und ihm Oliven, Hülsenfrüchte und Öl bringen dürften, denn er war jetzt hoch in den Jahren, welche Kämpfe er während seines dortigen Aufenthaltes durchzumachen hatte, nach dem Bibelworte, Epheser 6 12, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen seine Gegner, die Dämonen, das haben wir von denen erfahren, die ihn besuchten, denn auch dort hörten sie Lärm, viele Stimmen und Getöse wie von Waffen, und den Berg sahen sie nachts voll wilder Tiere, sie beobachteten den Antonius auch, wie er kämpfte, gleich als ob er sichtbare Gegner vor sich habe, und wie er gegen sie betete, seine Besucher ermutigte er, er selbst aber kämpfte unter Kniebeugungen und Gebet zum Herrn, und es war in Wahrheit bewundernswert, dass er, der allein in einer solchen Wüste weilte, sich weder vor den Angriffen der Dämonen fürchtete, noch sich ängstigte über die Wildheit so vieler vierfüßigen Tiere und Schlangen, die sich dort fanden, er vertraute wahrhaftig, wie geschrieben steht. Psalm 124 1 Auf den Herrn, wie der Berg Sion, unbeweglichen und ruhigen Sinnes, vielmehr flohen die Dämonen, und die wilden Tiere lebten, wie es in der Schrift heißt, in Frieden mit ihm, Kapitel 52, der Teufel aber beobachtete, wie David singt. Psalm 34 16 Den Antonius und knirschte weder ihn mit den Zähnen, der aber wurde getröstet vom Heiland, und er blieb unversehrt von der List und vielgestaltigen Schlauheit des Bösen, als der Heilige nachts wachte, sandte der Teufel wilde Tiere gegen ihn, fast alle Hyänen jenes Wüstenstriches kamen aus ihren Schlupfwinkeln, sie umringten ihn, und er war mitten unter ihnen, wie nun jede den Rachen aufsperrte und zu beißen drohte, da merkte er die List des Feindes und sagte zu ihnen allen, wenn ihr Macht erhalten habt gegen mich, bin ich bereit, mich von euch fressen zu lassen, wenn ihr aber von Dämonen geschickt seid, dann entweicht ohne Zögern, denn ich bin ein Knecht Christi, als Antonius dies sagte, da flohen sie wie verfolgt von der Geißel seiner Rede, Kapitel 53, wenige Tage darauf arbeitete er, denn er hielt darauf, tätig zu sein, da trat jemand an die Türe und zog an dem Bande, mit dem er beschäftigt war, er nähte nämlich Körbe und gab diese den Besuchern für das, was sie ihm brachten, Antonius stand auf und erblickte ein Wesen, das zwar bis zu den Schenkeln wie ein Mensch aussah, das aber Beine und Füße hatte wie ein Esel, Antonius bekreuzigte sich nur und sprach, ich bin ein Knecht Christi, wenn du gegen mich gesandt wurdest, sehe, hier bin ich, aber das Tier mit seinen Dämonen entfloh so schnell, dass es infolge seiner Eile zu Fall kam und verendete, der Tod des Tieres aber bedeutete den Sturz der Dämonen, denn alles mögliche hatten sie versucht, ihn aus der Wüste zu vertreiben, doch sie hatten es nicht vermocht, Kapitel 54, Besuch des Antonius bei den Brüdern, einmal wurde er von den Mönchen gebeten, zu ihnen nach Unterägypten zu kommen und eine Zeit lang sie und ihre Niederlassungen zu besuchen, da zog er mit den Mönchen, die zu ihm gekommen waren, ein Kamel trug ihnen Brot und Wasser, denn diese ganze Wüste ist wasserlos, und es gibt dort überhaupt kein Trinkwasser außer bei jenem Berge, wo seine Einsiedelei war, hier schöpften sie es auch für sich, als nun das Wasser auf dem Wege ausging und die brennendste Hitze herrschte, da gerieten sie alle in große Gefahr, sie streiften in der Gegend umher und fanden kein Wasser, endlich konnten sie nicht mehr gehen, legten sich zu Boden, ließen das Kamel laufen und verzweifelten an ihrer Rettung, als der Greise Antonius alle in Gefahr sah, geriet er in große Betrübnis und seufzte, dann ging er ein wenig von ihnen abseits, beugte die Knie, breitete die Arme aus und betete, und sogleich ließ der Herr an dem Ort, wo er im Gebete stand, Wasser herausströmen, alle tranken nun und erholten sich, sie füllten die Schläuche, suchten das Kamel und fanden es, das Halfter hatte sich nämlich zufällig um einen Stein geschlagen, und das Tier war so festgehalten worden, sie führten es nun herbei, tränkten es, beluden es mit den Schläuchen und setzten ihren Weg unversehrt fort, als Antonius zu den Klöstern, die außerhalb der Wüste lagen, kam, da begrüßten ihn alle, wie wenn sie ihren Vater sähen, er selbst beschenkte sie mit seinen Erzählungen, die er gleichsam wie eine Wegzehrung von seinem Berge mitbrachte und teilte ihnen von seinen nützlichen Erfahrungen mit, und weder war Freude auf den Bergen und Eifer zum Fortschritt und Trost wegen des Glaubens untereinander, Vergleiche, Römer 1 12, auch er selbst freute sich, da er den Eifer der Mönche sah und weil er seine Schwester, die in ihrer Jungfräulichkeit zu Jahren gekommen, als Vorsteherin anderer Jungfrauen fand, Kapitel 55, Rückkehr auf den Berg, Ermahnungen des Antonius an seine Besucher, nach einigen Tagen ging er indes wieder zurück auf den Berg, und von jetzt an besuchten ihn viele, auch andere, die ein Leiden hatten, wagten es, zu ihm zu kommen, für alle Mönche, die ihn aufsuchten, hatte er immer nur diese eine Ermahnung, sie sollten auf den Herrn vertrauen und ihn lieben, sie sollten sich hüten vor schmutzigen Gedanken und fleischlichen Listen und sich nicht, wie es in den Sprichwörtern heißt, verführen lassen von der Sättigung des Bauches, Sie sollten die nichtige Rumsucht fliehen, beständig beten, Psalmen singen vor und nach dem Schlafen, sich einprägen die Gebote der Heiligen Schrift, sich erinnern der Taten der Heiligen, um durch ihre Nachahmung der Seele, indem sie der Gebote eingedenkt bleibt, Harmonie zu verleihen, besonders aber riet er, das Wort des Apostels beständig zu verwirklichen, die Sonne möge nicht untergehen über eurem Zorne, Epheser 4 26, Sie möchten bedenken, dass dies allgemein von jedem Gebote gesagt sei, damit die Sonne nicht bloß nicht über unserem Zorne, sondern auch über keine anderen Sünde von uns untergeht, denn es sei schön und notwendig, dass die Sonne uns nicht wegen einer Sünde bei Tage, noch der Mond wegen eines Fehltrittes bei Nacht, oder überhaupt wegen einer inneren Erregung, verurteile, damit nun dieser Zustand uns bewahrt bleibt, ist es gut, auf den Apostel zu hören und sein Gebot zu befolgen, wenn er sagt, beurteilet euch selbst und prüftet euch, 2 Korinther 13 5, also soll jeder täglich sich Rechenschaft geben von seinen Handlungen bei Tage und bei Nacht, wenn er gesündigt hat, soll er aufhören, wenn er aber nicht gesündigt hat, soll er sich nicht rühmen, er soll vielmehr im Guten verharren, nicht sorglos sein, den Nächsten nicht verurteilen noch sich selbst rechtfertigen, wie der selige Apostel Paulus sagte, bis der Herr kommt, der das Verborgene erforscht, 1 Korinther 4 5 und Römer 2 16, denn oft bleiben wir uns selbst in dem, was wir tun, verborgen, wir wissen es nicht, der Herr aber bemerkt alles, ihm wollen wir das Urteil anheim stellen, wir aber wollen gemeinsam dulden und einander die Bürde tragen, Galater 6 2, uns selbst aber wollen wir prüfen, und wenn wir etwas versäumt haben, trachten, es zu erfüllen, folgendes soll noch ein Schutzmittel sein, um Sicherheit vor der Sünde zu erlangen, ein jeder von uns soll die Handlungen und Regungen der Seele bemerken und aufzeichnen, als ob wir sie einander mitteilen wollten, und seid überzeugt, dass wir, wenn wir überhaupt uns scheuen, erkannt zu werden, aufhören zu sündigen oder etwas Schlechtes nur zu denken, denn wer will, wenn er sündigt, gesehen werden, oder wer lügt nicht lieber, wenn er gesündigt hat, da er verborgen bleiben will, wie wir, wenn wir einander säen, nicht Unzucht reiben würden, so werden wir uns auch, wenn wir unsere Gedanken aufzeichnen, als ob wir sie einander mitteilen sollten, uns eher hüten vor schmutzigen Gesinnungen, da wir uns scheuen, erkannt zu werden, die Aufzeichnung soll an die Stelle der Augen der Mitasketen treten, damit wir nicht einmal an Schlimmes denken, da wir beim Schreiben erröten, als ob wir gesehen würden, wenn wir uns so bilden, können wir den Leib unterwerfen, 1 Korinther 9 27, und dem Herrn wohlgefallen, die Listen des Feindes aber vereiteln, Kapitel 56, so sprach er zu seinen Besuchern, mit den Leidenden aber trug er gemeinsam das Leid und betete mit ihnen, oft und bei vielen erhörte ihn der Herr, wenn er Gehör fand, dann prallte er nicht, wenn er nicht erhört wurde, dann murrte er nicht, sondern immer dankte er dem Herrn, die Kranken aber tröstete er und forderte sie auf, guten Mutes zu sein und zu bedenken, dass die Heilung weder seine Sache noch überhaupt die der Menschen sei, sondern allein in der Hand Gottes liege, der sie bewirke, wann er wolle und an wem er wolle, die Leidenden nahmen auch die Worte des Kreises wie die Heilung an, und sie lernten selbst nicht nachzulassen, sondern vielmehr auszuharren, die aber, welche Heilung fanden, wurden belehrt, nicht dem Antonius zu danken, sondern Gott allein, Kapitel 57, Fronto, vom Palazion, wird durch Antonius geheilt, einer nun, namens Fronto, vom Palazion, hatte ein schweres Leiden, er zerfleischte seine Zunge und war in Gefahr, sein Augenlicht zu verlieren, der kam auf den Berg und bat den Antonius, für ihn zu beten, dieser tat es und sagte dann zu Fronto, gehe weg von hier, dann wirst du geheilt, als dieser aber hartnäckig war und einige Tage auf dem Berge blieb, sagte Antonius von Neuem, du kannst nicht geheilt werden, wenn du hier bleibst, gehe weg aus der Wüste, und wenn du nach Ägypten kommst, wirst du das Zeichen sehen, das über dich geschieht, Fronto glaubte und entfernte sich, und wie er Ägypten nur sah, hörte sein Leiden auf, und der Mann wurde gesund nach dem Ausspruch des Antonius, den dieser in seinem Gebete vom Heiland erhalten hatte, Kapitel 58, die Heilung einer Jungfrau durch Antonius, ein junges Mädchen aus Bosiris in Tripolis hatte ein schweres und abscheuliches Leiden, ihre Tränen nämlich und der Nasenschleim und die Ohrenflüssigkeit wurden, wenn sie zu Boden fielen, sogleich zu Würmern, auch ihr Körper war gelähmt und ihre Augen waren wieder die Natur gebildet, als ihre Eltern erfahren hatten, dass Mönche zu Antonius reisten, da baten sie im Vertrauen auf den Herrn, der die Blutflüssige geheilt hatte, Matthäus 29, mit ihrer Tochter sich ihnen anschließen zu dürfen, diese ließen es geschehen, die Eltern blieben mit dem Kinder außerhalb des Berges, bei Papnotius, dem Bekenner und Mönch, die Brüder aber gingen hinein, und als sie eben von der Jungfrau berichten wollten, kam Antonius ihnen zuvor, erzählte das Leiden des Kindes und dass es mit ihnen gereist sei, als diese dann baten, es möchte auch den Eltern gestattet werden, hereinzukommen, da erlaubte er dies zwar nicht, er sagte aber, gehe zurück, und ihr werdet sie geheilt finden, wenn sie nicht gestorben ist, denn nicht mein ist die gute Handlung, weshalb sie zu mir, dem armseligen Menschen, kommen müsste, sondern die Heilung ist das Werk des Erlösers, der überall sein Erbarmen zeigt denen, die ihn anrufen, und ihr hat der Heil auf ihr Gebet Gehör geschenkt, mir aber hat seine Menschenfreundlichkeit geoffenbart, dass er das Leiden des Kindes, während es noch dort weilt, heilen will, und das Wunder geschah wirklich, sie gingen hinaus und fanden die Eltern voll Freude, das Kind aber war gesund von dieser Stunde an, Kapitel 59, die Rettung eines verdurstenden Bruders durch Antonius, als einmal zwei Brüder auf der Reise zu Antonius waren, ging ihnen auf dem Wege das Wasser aus, der eine starb, der andere war nahe daran, da er nicht mehr imstande war, weiterzukommen, legte er sich auch auf die Erde und erwartete den Tod, Antonius aber, der auf dem Berge weilte, rief zwei Mönche, die zufällig bei ihm waren, drängte sie zur Eile und sagte, nehmt ein Gefäß mit Wasser und lauft auf dem Weg nach Ägypten, denn von zwei Wanderern ist der eine eben verschieden, der andere aber wird sterben, wenn ihr nicht eilt, dies ist mir gerade, als ich betete, geoffenbart worden, die Mönche gingen hin, fanden den Toten da liegen und begruben ihn, den anderen aber riefen sie durch das Wasser zum Leben zurück und führten ihn zu dem greisen Antonius, die Entfernung betrug einen Tage Marsch, wenn man nun nachgerübelt, warum er nicht vor dem Tode des einen gesprochen, dann handelt man nicht recht hierin, denn die Entscheidung über den Tod lag nicht bei Antonius, sondern bei Gott, der über den einen sein Urteil sprach, während er des zweiten Gefahr enthüllte, an Antonius war nur das wunderbar, dass er auf dem Berge mit klarem Geiste saß und den Herrn zur Seite hatte, der ihm zeigte, was in der Ferne vorging, Kapitel 60, Antonius sieht, wie die Seele des Mönches Amun in den Himmel fährt, wieder einmal saß er auf dem Berge, blickte auf und sah in der Luft einen Menschen, der empor geführt wurde, während die, die ihm entgegen kamen, voll Freude waren, er wunderte sich, pries diese Versammlung selig und hätte dann gerne erfahren, was dies bedeute, und sogleich tönte eine Stimme zu ihm herab, dies sei die Seele des Amun, des Mönches in Nitria, dieser war bis in sein höchstes Alter Asket geblieben, die Entfernung von Nitria bis zu dem Berge, wo Antonius war, beträgt 13 Tage Reisen, die Umgebung des Heiligen sah die Verwunderung des Greises, sie wollten den Grund erfahren und hörten, dass eben Amun gestorben sei, er war bekannt, weil er sich oft hier eingefunden hatte und auch durch ihn viele Zeichen geschehen waren, eines davon ist folgendes, er musste einst den Lykos-Fluss, ein Nilarm, wohl bei Lykopolis in Oberägypten, überschreiten, als eben die Zeit der Überschwemmung war, da bat er seinen Begleiter Theodorus, sich weit von ihm zu entfernen, damit sie einander beim Durchschwimmen des Flusses nicht nackt sähen, als nun Theodorus weggegangen war, schämte er sich, sich selbst nackt zu erblicken, während er noch so mit seiner Scham kämpfte und sich kümmerte, wurde er mit eine Male auf das jenseitige Ufer versetzt, Theodorus, der gleichfalls ein frommer Mann war, näherte sich, sah ihn schon drüben, ohne dass er im geringsten vom Wasser benetzt worden wäre und wollte erfahren, wie er hinübergekommen sei, als er merkte, dass es Amun nicht sagen wolle, da umschlang er seine Füße und versicherte, er werde ihn nicht eher loslassen, bis er es von ihm gehört, als nun Amun die Hartnäckigkeit des Theodorus eben aus seiner Versicherung wahrnahm, da verlangte er, er möge es niemand bis zu seinem Tode sagen, dann erzählte er ihm, er sei aufgehoben und auf dem gegenüberliegenden Ufer niedergesetzt worden, er sei nicht durch das Wasser gegangen, das sei für Menschen überhaupt unmöglich, außer für den Herrn und für die, denen er es erlaube, wie er es mit dem großen Apostel Petrus machte, Matthäus 14 28 bis 29 Nach dem Tode des Amun erzählte Theodorus die Begebenheit, die Mönche aber, denen Antonius vom Tode des Amun gesprochen, merkten sich die Zeit, und als nach dreißig Tagen Brüder von Nitria heraufkamen, erkundigten sie sich und erfuhren, dass Amun an jenem Tage und zur gleichen Stunde entschlafen sei, wo der Greis seine Seele Empor schweben sah, und beide Teile bewunderten die Reinheit der Seele des Antonius, wie er das, was in einer Entfernung von dreizehnter Gereißen geschehen war, so gleich erfahren hatte und sah, wie die Seele hinaufgetragen wurde, Kapitel 61, die Heilung der Jungfrau Polygrazia durch Antonius, auch der Kommissarchelaus fand ihn einmal auf dem äußeren Berge und bat ihn nur, er möge beten für Polygrazia, die bewundernswerte, Christus im Herzen tragende Jungfrau in Laodicea, sie litt an einer schweren Magenkrankheit und an Seitenstechen infolge der übermäßigen Askese und war schwach am ganzen Körper, Antonius betete, der Kommiss aber merkte sich den Tag, an dem das Gebet geschehen war, er kehrte nach Laodicea zurück und fand die Jungfrau gesund, er erkundigte sich, wann und an welchem Tage sie von ihrer Schwäche befreit worden sei, und zog sein Notizbuch hervor, in das er die Zeit des Gebetes geschrieben hatte, als er sich vergewissert, zeigte er sogleich die Aufzeichnung in dem Buch her, und alle wunderten sich, als sie erkannten, dass der Herr sie zur gleichen Zeit von ihren Leiden befreite, als Antonius im Gebete war und die Güte des Heilandes für sie anrief, Kapitel 62, die Besucher des Antonius, seine Demut, von den Leuten, die zu ihm kamen, sagte er es oft tagelang voraus, bisweilen aber auch einen Monat und dazu den Grund, weshalb sie kamen, die eine nämlich stellten sich ein, bloß um ihn zu sehen, andere wegen einer Krankheit und wieder andere, da sie von Dämonen gequält wurden, und sie alle hielten die Mühe der Reise weder für eine Qual noch für eine Strafe, denn keiner kehrte zurück, ohne dass er einen Nutzen erfahren hätte, trotz seiner Worte und Gesichter bat er jeden, nicht ihn deshalb zu bewundern, sondern vielmehr den Herrn, weil er uns armen Menschen die Gnade verliehen, ihn nach Kräften zu erkennen, Kapitel 63, Antonius befreit einen Jüngling von einem Dämon, einmal kam er wieder zu den äußeren Klöstern hinunter, man bat ihn, in ein Schiff zu kommen und mit den Mönchen zu beten, da merkte er allein einen schrecklichen und durchdringenden Gestank, als die Leute des Fahrzeuges sagten, es seien Fische und ein Gesalzenes darin und daher komme der Geruch, da erklärte er, das sei eine andere Art von Gestank, während er noch sprach, schrie ein Jüngling, der einen Dämon hatte und der vorher hineingekommen war und in dem Schiffe sich verborgen hatte, so gleich laut auf, der Dämon aber wurde verflucht im Namen unseres Herrn Jesu Christi und fuhr aus, der Mensch aber wurde gesund, alle erkannten, dass der Gestank von dem Dämon gekommen war, Kapitel 64, ein anderer vornehmer Mann wird durch Antonius von einem Dämon erlöst, ein anderer vornehmer Mann kam zu ihm mit einem Dämon, dieser Teufel war aber so mächtig, dass der Besessene nicht einmal erkannte, dass er zu Antonius kam, er schlang sogar den Auswurf seines Körpers hinunter, die nun, welche ihn herbeibrachten, baten den Antonius, für ihn zu beten, Antonius aber, der sich des Jünglings erbarmte, betete und wachte die ganze Nacht mit ihm, gegen Morgen kam der junge Mann plötzlich zu Antonius und stieß ihn, seine Begleiter waren darüber unwillig, der Kreis aber sprach, zürne dem Jüngling nicht, denn nicht er ist es, sondern der Dämon in ihm, da er verflucht wurde und den Befehl erhielt, in wasserlose Einöden zu entweichen, da fing er an zu rasen und hat dies getan, lobet also vielmehr den Herrn, denn dass dieser so gegen mich losging, das ist für euch ein Zeichen dafür, dass der Dämon entwichen ist, nach diesen Worten des Antonius wurde der Jüngling so gleich gesund, von da an hatte er seinen klaren Verstand, er merkte, wo er war, und umarmte den Kreis, voll Dank gegen Gott, Kapitel 65, eine Vision des Antonius vom Schicksal der Seele nach dem Tode, vieles andere der Art, was er wirkte, haben übereinstimmend und gleichmäßig sehr viele von den Mönchen über ihn berichtet, das alles ist aber nicht so bewundernswert, anderes erscheint noch merkwürdiger, als er einmal um die neunte Stunde, von 6 Uhr morgens angerechnet, also um 3 Uhr nachmittags, essen wollte und aufstand, um zu beten, da fühlte er sich im Geiste entrückt, und, wie seltsam, er stand da und sah sich außer sich selbst, wie wenn er von einigen Wesen in die Luft entführt werde, dann erblickte er einige widerwärtige und schreckliche Gestalten im Luftraum, die ihn hindern wollten, hindurch zu gehen, seine Führer widerstanden, jene aber verlangten Rechenschaft, ob er ihnen nicht untertänig sei, wie sie nun eine Prüfung von seiner Geburt an anstellen wollten, da verhinderten dies die, welche den Antonius geleiteten, indem sie zu jenen sagten, die Schuld von seiner Geburt her hat der Herr ausgelöscht, von der Zeit an aber, wo er Mönch geworden ist und sich Gott versprochen hat, soll es euch erlaubt sein, Rechenschaft zu nehmen, da erhoben jene die Anklage, konnten aber den Beweis nicht führen, und so erhielt er freie und ungehinderte Bahn, und sogleich sah er sich wieder in Bewegung, zu sich selbst hintreten, und er war wieder ganz Antonius, da vergaß er das Essen und verharrte den Rest des Tages und die ganze Nacht hindurch in Seufzen und Gebet, denn er erstaunte, als er sah, gegen wie viele Feinde wir kämpfen müssen und mit wie vielen Mühen man die Luft durchwandern muss, er erinnerte sich, dass eben dies gemeint sei, was der Apostel verkündete, nach dem Herrn, der Macht hat über die Luft, Epheser 2 2, denn darin hat der Feind die Macht, zu kämpfen, und zu versuchen, die zu hindern, welche hindurch gehen, deshalb mahnte der Apostel ganz besonders, nehmt auf die Rüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt an jenem schrecklichen Tage, Epheser 6 13, damit der Feind beschämt wird, wenn er nichts Schlimmes über euch sagen kann, Titus 2 8, wer aber, die wir das gelernt haben, wollen uns erinnern des Ausspruches des Apostels, sei es im Körper, ich weiß es nicht, sei es außerhalb des Körpers, ich weiß es nicht, Gott aber weiß es, 2 Korinther 12 2, Paulus wurde bis zum dritten Himmel entrückt und kam zurück, nachdem er geheimnisvolle Worte gehört hatte, Antonius aber sah sich bis in die Luft kommen und kämpfen, bis er frei wurde, Kapitel 66, eine andere Vision des Antonius vom Hinübergang der Seele nach dem Tode, er besaß auch folgende Gnadengabe, wenn er allein auf dem Berge saß, etwas bei sich suchte und unsicher war, dann wurde ihm dies auf sein Gebet von der Vorsehung enthüllt, der Selige stand, wie es in der Schrift heißt, in göttlicher Unterweisung, er hatte hierauf einmal eine Unterredung mit einigen, die zu ihm kamen, über den Zustand der Seele und darüber, welcher Ort ihr nach diesem Leben bestimmt sei, in der folgenden Nacht rief ihn jemand von oben an und sagte, Antonius, stehe auf, gehe hinaus und zieh, er ging hinaus, denn er wusste, welchen man gehorchen müsse, blickte auf und sah eine große Gestalt, missgeformt und furchtbar, die dusternd und bis zu den Wolken reichte, auch sah er Wesen, welche aufwärts stiegen, wie wenn sie Flügel hätten, und der Riese streckte die Arme aus, die einen hielt er ab, die anderen aber flogen darüber und wurden dann, nachdem sie durchgekommen waren, sicher emporgetragen, über solche nun knirschte der Riese mit den Zähnen, über die aber, welche herunterfielen, freute er sich, und sogleich richtete sich an Antonius eine Stimme, verstehe, was du siehst, vergleiche, Daniel 9 23, der Verstand wurde ihm aufgetan, vergleiche, Lukas 24 45, und er begriff, dass dies der Hinübergang der Seelen sei unter das Theen der Riese der Feind, der auf die Gläubigen voll Neid ist, und wie er die, welche ihm verfallen sind, ergreift und hindert hindurch zu kommen, während er die, welche ihm nicht gefolgt haben, nicht fassen kann, da sie über ihn weggehen, als er dies wieder gesehen hatte, kämpfte er in der Erinnerung daran nur noch mehr, um täglich vollkommener zu werden, vergleiche, Philippa 3 13, er hat das Erlebnis nicht aus freien Stücken erzählt, während er aber im Gebet verweilte und in Staunen versunken war, fragten ihn einige aus seiner Umgebung und drängten ihn, und so wurde er genötigt, zu sprechen, da er es als Vater seinen Kinder nicht verbergen konnte, er glaubte dazu auch, dass sein Gewissen rein sei, für sie aber die Erzählung nützlich werde, wenn sie lernten, dass die Frucht der Askese gut sei und dass man oft als ein Linderungsmittel der Mühlengesichte erhalte, Kapitel 67, die Verehrung des Antonius gegenüber Bischöfen und Priestern, sein Äußeres, in seinem Wesen war er langmütig im Ertragen von Unrecht und demütig in seiner Seele, in dieser Gesinnung ehrte er den Kanon der Kirche über die Maßen und wünschte, dass jeder Kleriker an Ehre vor ihm käme, vor den Bischöfen und Pressbütern sich zu verneigen, nahm er keinen anstand, und wenn einmal ein Diakon der Erbauung wegen zu ihm kam, dann sprach er mit ihm über das, was nützlich war, im Gebete aber gab er ihm den Vortritt, da er gerne selbst lernte, er fragte oft und wollte von seiner Umgebung etwas hören, und er gestand, dass es ihm nützlich sei, wenn jemand etwas Treffliches gesagt habe, sein Angesicht strahlte in reicher und seltener Anmut, auch diese Gnade besaß er vom Heiland, wenn er sich nämlich unter der Schar der Mönche befand und es wollte ihn jemand sehen, der ihn noch nicht kannte, dann trat er sogleich hinzu, überging die anderen und eilte zu ihm, gleichsam angezogen von seinen Augen, aber nicht durch größer oder kräftige Gestalt unterschied er sich von den übrigen, sondern durch die Art seines Wesens und die Reinheit der Seele, denn da sie voll Ruhe war, waren auch seine äußeren Sinne im Gleichgewicht, die Heiterkeit der Seele drückte auch seinem Gesicht den Stempel der Freude auf und umgekehrt, aus den Bewegungen seines Körpers merkte und er sah man die Verfassung der Seele nach dem Worte der Schrift, wenn das Herz sich freut, strahlt das Antlitz, wenn es aber traurig ist, sieht es finster aus, so merkte Jakob, wie Laban ihm Böses zufügen wollte und sagte zu den Frauen, das Gesicht eures Vaters ist nicht wie gestern und vorgestern, Genesis 31 5, so erkannte Samuel den David, denn er hatte freundliche Augen und Zähne weiß wie Milch, Vergleich 1 Könige 16 12, so erkannte man auch den Antonius, denn er war niemals in Unruhe, da seine Seele voll heiteren Friedens war, niemals wurde er finster, da sein Geist sich freute, Ende Teil 3 von 4, Kirchenvetter, So segne, behüte und stärke sie der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, Amen